Das größte Potenzial Ihres Stadtwerks sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit den ASEF Weiterbildungsmöglichkeiten helfen Sie Ihrem Stadtwerk, diese noch weiter zu fördern. ASEF Inhausschulungen umfassen Wissensvermittlung zu verschiedensten Themen der Energiewirtschaft, entweder bei Ihnen vor Ort oder als Webseminar. Das entscheiden Sie. Durch unser Netzwerk von über 300 Stadtwerken und zahlrechten Expertinnen sind wir jederzeit am Puls der Energiewirtschaft. Sie sparen Zeit und Reisekosten. Außerdem erreichen Sie eine einländige Qualifizierung Ihrer Kolleginnen. Diskutieren Sie auch interne Themen im diskreten Rahmen einer Inhouse-Veranstaltung mit unserer Fachberatung an Ihrer Seite. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lernprogramme zu gewünschten Themen und übernehmen die gesamte Abwicklung. Nennen Sie uns Ihr Thema und wann Sie starten möchten, danach kümmern wir uns um den Rest. Auf unserer Webseite finden Sie als Anregung einige Beispiele möglicher Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.